Am Sonntag, ORF Premiere für eine Reise. In den Tod. Gibt's irgendeinen Hinweis, für den man sein könnte? Rauschgift in Kondome geschweißt. Sie sind als Drogenkuriere aus Afghanistan gekommen. Das heißt, die Frau rennt jetzt mit einer tickenen Bombe im Bauch durch die Gegend. Taterort, Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2.